Willkommen in der Zukunft der Intralogistik, wo unsere fahrerlosen Transportsysteme Effizienz neu definieren. In enger Kooperation mit SIG gestalten wir bei Firma Ostendorf Kunststoffe die autonome Zukunft. Unsere fahrerlosen Transportsysteme gewährleisten dabei eine reibungslose Materialbewegung, selbst wenn es zu Engpässen im Personal kommt. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Realisierung einer autonom gesteuerten Logistiklösung, insbesondere im 24-7-Auto-Betrieb. Mit unserer Komplettlösung revolutionieren wir die Welt der Stapler. Lokalisierung, Kollisionsvermeidung und Personensicherheit stehen dabei im Fokus. Die Firma Göttingen vertraut bei der Auswahl von Komponenten auf die Expertise von SIG. Dabei bieten wir zusätzlich die Möglichkeit, Produkte schon in der Prototypenphase nahtlos in die Applikation zu integrieren. Beim Personenschutz setzt die Firma Göttingen auf den Sicherheitslaserscanner Outdoor Scan 3 und die Steuerung FlexiSoft. Beim Kollisions- und Maschinenschutz auf den Laserscanner TIM. Durch den Einsatz modernster Sensoren, Laserscanner und sicheren Steuerung verwandeln wir manuelle Stapler in vollautomatisierte Fahrzeuge. Automatisierte Gabelstapler, sind die ideale Lösung, um Ladung sicher von A nach B zu bewegen. Die integrierten Sicherheitsmechanismen bieten erstklassige Leistung und gewährleisten einen reibungslosen, risikofreien Materialfluss. Das Personal fühlt sich rundum sicher, selbst wenn sich die fahrerlosen Transportsysteme im heterogenen Mischverkehr in der gleichen Umgebung bewegen. Das System ermöglicht es, flexibel auf Spitzenzeiten zu reagieren und Kapazitäten schnell anzupassen. Das System module betreffend, was diese Formula 1 bis Fest verbaut, was zumального Simula 2017 aus dem determineden Schürger beim 3.5 anzupassen, was zum Profil